Der Urlaub ist vorbei. Endlich sind wir wieder zu Hause. Ich habe das Gefühl, wir sind uns alle ein wenig näher gekommen. Naja, bis auf Livia. Wir beide streiten einfach den ganzen Tag. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich habe keine Ahnung, was ich mit ihr nur machen soll. Und außerdem, um ganz ehrlich zu sein, ich vermisse Gabrielle. Hallo, ich bin Elie Jenix und das ist der 63. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Wir sind heute endlich wieder zurück bei unserer Familie Potter. Wie euch sicher aufgefallen ist, ich habe jetzt eine ganze Weile nicht aufgenommen. Ich war nämlich tatsächlich schon wieder krank. Aber jetzt geht es mir zum Glück wieder gut und deshalb geht jetzt auch endlich dieses Let's Play weiter. Auf jeden Fall ist in der Zwischenzeit ja das neue Pack erschienen. Das heißt, wir sollten diese Staffel so schnell wie möglich abschließen und dann eben mit unserer Livia weiterspielen. Mit ihr wollen wir ja in die neue Welt ziehen. Ich glaube, die heißt Sansekoia oder so irgendwie. Auf jeden Fall werden wir da heute mal kurz vorbeischauen. Aber damit wir mit Livia weiterspielen können, müssen wir diese Staffel natürlich noch erfolgreich abschließen. Das heißt, in den nächsten Parts müssen wir sehr viel arbeiten. Im letzten Part sind sich Emma und Gabrielle ja endlich wieder näher gekommen. Und auch darum müssen wir uns natürlich kümmern, also dass unsere Emma ihr Happy End bekommt. Aber gut, starten wir am besten gleich mal in den Part hinein. Und so starten wir in den Part hinein. Hier haben wir unsere Flora, die ist gerade dabei am Kreativkunsttisch zu zeichnen. Und wie man sieht, sie ist darin schon wirklich, wirklich gut. Denn die Familie Potter war ja im Urlaub. Sie ist mittlerweile wieder zu Hause und Flora hat die ganze Zeit nur gemalt. Und das bedeutet, sie ist schon fast Level 10. Und deshalb starte ich den Part jetzt auch, damit ihr eben dabei sein könnt, wenn sie Level 10 erreicht. Außerdem beginnen morgen die Sommerferien. Also heute ist ja noch Sonntag und die kommende Woche haben wir ja frei, da eben Sommerferien sind. Und am Samstag werden Flora und Oren dann auch schon zu Teenagern. Und da möchte ich dann eigentlich auch schon ausziehen mit Livia. Also entweder Samstag oder Sonntag werden wir dann mit ihr ausziehen. Floras Ziel haben wir dann gleich mal abgeschlossen. Livia ist jetzt wählerisch beim Essen. Ach, ist das toll. Immer diese Teenager, die uns das Leben schwer machen. Maximierte Fähigkeit. Flora hat die Kreativfähigkeit maximiert. Da sind wir schon. Sie ist jetzt eine Meisterin der Kreativität. Sie kann jetzt Klavier- und Geigenfähigkeit erwerben. Ja, die brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt. Wir wollten ja ohnehin, dass sie malt. Das sieht voll schön aus. Das sieht echt richtig gut aus. Flora. Sie ist absolut großartig. Auf jeden Fall. Floras Bestreben haben wir dann abgeschlossen. Das heißt, von ihr aus können wir ihm schon ausziehen. Was machst du im Zimmer von deinem Bruder? Äh, ja. Ich glaube, das wird ihm gar nicht gefallen. Oren, geh mal zu deiner Schwester. Und dann wird er jetzt einfach mal bösartig streiten. Er wird sie für seine schlechte Laune verantwortlich machen und einfach sagen, Flora, mir geht's eh schon so schlecht, weil ich vermisse ein Tier, das ich niemals gekannt habe. Weil irgendwie verbringt Oren in letzter Zeit sehr viel Zeit vor Kokos Grabstein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die sich nicht mal gekannt haben. Neues Persönlichkeitsmerkmal. Rose hat in letzter Zeit gerne geputzt und andere Arbeiten im Haushalt verrichtet. Sie freut sich, wenn alles ordentlich ist. Veränderung annehmen, ordentlich. Wie cool ist denn das? Also das kommt ziemlich sicher vom neuen Pack. Das habe ich eben seit heute installiert. Ich habe noch gar nicht damit gespielt, deshalb keine Ahnung, was da noch so kommt. Aber klar, dann ist unsere Rose jetzt ordentlich. Hat sie jetzt irgendein anderes Merkmal nicht mehr? Ich bin total verwirrt. Also hier haben wir die Fähigkeiten. Die sehen jetzt auch ein bisschen anders aus. Also bei ihr jetzt nicht, aber das ist mir aber bei Flora aufgefallen. Da haben wir jetzt nämlich Grundlagen. Und dann haben wir noch Fähigkeiten, was ich sehr, sehr cool finde. Woher kannst du denn Orgel spielen? Ich habe keinen Plan, was sie so den ganzen Tag macht. Aber auf jeden Fall Rose. Und dann, wenn wir jetzt hier hingehen auf Simulogie. Ach ja, wirklich. Sie hat jetzt einfach zusätzlich das Merkmal ordentlich. Wie toll ist denn das? Mit Auszeichnung abgeschlossen. Was für eine Ehre. Rose hat in der Highschool brilliert und startet mit einer großartigen Karriereleistung. Und dann haben wir hier eben auch noch die Meilensteine. Da haben wir bei Rose. Rose ist verliebt. Rose hat sich in Dominik Russel verliebt. Die waren verliebt, Igitt. Okay. Auf jeden Fall hat sie einen Job gefunden. Dann hat sie ein Tier adoptiert, nämlich den Sirius. Selbstfindung. Sie hat das Merkmal ordentlich entdeckt. Und dann wurde sie befördert. Und wie ihr seht, hier sind dann die ganzen Meilensteine. Das finde ich unfassbar großartig. Aber ja, bis jetzt ist noch nicht so viel passiert. Deswegen hat jetzt niemand wirklich viele Meilensteine. Außer unsere Emma. Weil sie natürlich, ja, bei ihr sieht man natürlich, dass sie tausend Kinder bekommen hat. Schön. Einfach nur großartig. Irgendwie ist das auch ein bisschen verbuggt. Weil hier sieht man nur, dass sie in Lukas verliebt war und in Raoul. Aber wenn man hier schaut, sieht man eben auch... Nein, jetzt sieht man es nicht mehr. Äh, ja. Gabriel wird irgendwie vorenthalten. Ich weiß auch nicht, warum. Und sie wurde auch anscheinend mal befördert, obwohl sie noch nie einen Job hatte. Ich weiß auch nicht ganz, wie das funktioniert. Neue Familiendynamik. Schwierig. Das ist jetzt auch ganz was Neues. Das kommt jetzt auch mit dem neuen Pack. Wenn eure Sims miteinander interagieren, kann es sein, dass eine neue Dynamik entsteht. Je nachdem, wie sie miteinander klarkommen. Und da Oran und Flora gerade unfassbar am Streiten sind, ist die Beziehung zwischen denen jetzt anscheinend schwierig. Was Autoritäten angeht, bringen einige jüngere Sims älteren Sims keinen Respekt entgegen. Und dies ist bei Flora und Oran definitiv der Fall. Naja, sie sind Zwillinge. Also, ich weiß jetzt nicht, ob diese eine Minute, die Flora älter ist, als Oran ihr wirklich Respekt entgegenbringen sollte. Aber okay. Familienmitglieder mit der Familiendynamik schwierig, sind häufiger gemein zueinander. Der jüngere Sims befolgt seltener die Regeln oder Anforderungen des Älteren. Und der jüngere beschwert sich häufiger bei dem älteren Sim. Ja, gut. Die Beschreibung ist jetzt ein bisschen holprig. Aber ich würde sagen, die Beziehung zwischen den beiden kann schon schwierig sein. Bei Geschwistern ist es grundsätzlich nicht immer einfach und bei Zwillingen kann es noch schwieriger sein. Äh, hä? Was war denn das gerade? Habt ihr das gesehen? Ich verstehe gar nichts mehr. Säuber mal die Toilette. War das, weil es jetzt ordentlich ist? Ich verstehe gar nichts mehr. Auf jeden Fall wollte ich gerade sagen, Oran hat so sehr im Streit verloren, dass er sogar aus seinem eigenen Zimmer gestürmt ist. Jetzt zeichnet er an ihrem Kreativkunsttisch und außerdem ist seine Selbstsicherheit auch gesunken. Er hat neutrale Selbstsicherheit. Okay. Naja, das ist bei beiden noch gleich. Aber seine Selbstsicherheit ist ein bisschen gesunken. Der Arme. Tut mir wirklich leid. Und sieht man jetzt irgendwo auch, dass das schwierig ist? Hier. Schwierig. Die armen kleinen Kids. Oh nein, jetzt stirbt auch noch eins unserer Hühner. Der weiße Hahn. Ja, tut mir sehr leid, weiße Hahn. Ach, ich vergesse immer auf die Hühner. Also wie ihr sicher schon merkt, ich bin ready weiterzumachen. Also ich freue mich schon sehr, wenn wir mit Livia spielen, weil irgendwie bin ich mit der Familie schon ein wenig durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich liebe sie natürlich alle, aber es ist so stressig, es passiert so viel. Wir haben so viele Tiere. Ach genau, und Sirius ist wieder da. Als wir vom Urlaub wiedergekommen sind, war er auf einmal da und jetzt sitzt er hier am Kühlschrank. Ja, die Tiere können in dem Haushalt machen, was sie wollen. Ihnen gehört das Haus. Das ist klar. Dagegen kann ich nichts machen. Und Emma wird gerade von Gabriel angerufen. Hallo Emma, ich habe in letzter Zeit eine Menge durchgemacht. Wäre es dir recht, wenn ich vorbeikomme und eine Weile bei dir bleiben würde? Ich muss einfach nur ein paar Tage raus, um alles zu verarbeiten. Natürlich, Gabriel, komm vorbei. Oh, wie süß ist das? Gabriel kommt jetzt zu Besuch und, also aus dem Trailer, beziehungsweise aus dem Livestream der EntwicklerInnen, weiß ich, dass der jetzt nochmal mit einem Koffer kommt? Ja, da ist Gabriel mit seinem gelben Koffer. Oh mein Gott, ich liebe es. Ich liebe dieses Detail. Hallo Gabriel. Emma, geh mal hin und heiße ihn willkommen. Wie süß ist das? Und hier ist der Koffer, der steht jetzt da. Können wir öffnen, hochheben, unser Outfit daran ändern. Ja, finde ich toll. Jetzt umarmen sich die beiden. Ja, und war es das schon? Verschöne ihm mal den Tag. Er hat ja gesagt, es geht ihm nicht so gut. Und dann kannst du ja mal probieren, ein bisschen mit ihm zu flirten. Vielleicht hat er sich jetzt endgültig von seiner Freundin getrennt. Ich weiß es nicht. Können wir ihn das fragen? Er wirkt auf jeden Fall sehr traurig. Wo können wir ihn das denn fragen? Äh, irgendwie gar nicht mehr. Freundlich. Small talk. Sie haben das alles erneuert. Es ist wirklich ein bisschen kompliziert. Ich meine, es war vorhin auch kompliziert. Äh, Gabriel bitten zu helfen. Da, hier fragen wir ihn jetzt erstmal, ob er Single ist. Und dann können wir ja sagen, Gabriel, entspann dich einfach. Ruhe dich aus. Es ist in Ordnung. Nicht jedem geht es immer gut. Und deshalb soll er sich mal entspannen. Ich möchte übrigens auch, dass Gabriel schon ganz bald einzieht bei uns. Aber jetzt ist er erstmal ein paar Tage hier. Und dann sehen wir eh, ob das überhaupt passt. Weil so sicher weiß ich das ja nicht. Aber ich bin schon mal gespannt, was er uns zu berichten hat. Emma ist jetzt auch sehr, sehr traurig. Düstere Präsenz. Ja, es liegt eine düstere Aura in der Luft. Dieser unerwartete Gast hat eine Menge Gepäck mitgebracht. Wörtlich und im übertragenen Sinne. Vielleicht kann Emma versuchen, den Gast aufzuheitern. Ja. Und er spricht, glaube ich, gerade tatsächlich über seine Trennung. Also, es sieht wirklich so aus, als werden er und Kaori jetzt ganz, ganz sicher getrennt. Ich könnte mir vorstellen, dass er das wegen Emma gemacht hat. Die beiden sind sich ja jetzt wirklich näher gekommen. Und das hat ihm jetzt sicher einfach nochmal gezeigt, dass Kaori nie die richtige für ihn war, sondern Emma. Und das freut mich natürlich sehr, weil ich liebe Emma. Für Kaori ist es natürlich nicht so schön. Aber ich glaube, sie wird auch jemanden kennenlernen. Ja, ist er jetzt Single oder nicht? Gabriel, warum sagst du uns das nicht einfach? Er hat es uns irgendwie nicht gesagt. Möchte er das für sich behalten? Ich bin verwirrt. Okay. Er möchte uns das irgendwie nicht sagen. Vielleicht ist es doch noch nicht ganz geklärt. Aber es ist die Sache von Gabriel. Und Ivo kommt zu Besuch. Und Livia, warum erlernst du die Schelmfähigkeit? Das finde ich gar nicht so toll. Sie hat übrigens auch ein bisschen in ihrem Buch weitergelesen. Und hat jetzt Level 3 der Vampir-Saga-Fähigkeit. Das finde ich auch wirklich toll. Aber Livia, geh mal zu deinem Bruder. Und bitte mal herein. Ich weiß zwar nicht, warum er da ist. Aber es ist immer schön, wenn Ivo zu Besuch kommt. Ich hoffe, er hat sich nicht mit seinem Mann gestritten. Beiden sind schon noch zusammen, oder? Der Stammbaum sieht irgendwie auch anders aus. Und ich bin mir nicht sicher, ob es ein Bug ist. Weil da sind jetzt so Löcher dazwischen. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht liegt es auch an irgendeinem Mod. Ich habe nämlich noch ein paar Mods drin. Was nicht ganz so schlau war vermutlich. Okay, nein. Die beiden sind definitiv noch verheiratet. Und Daisy und Sydney sind auch noch verheiratet. Und obwohl zwischen denen ja irgendwas vorgefallen ist. Da muss ich auf jeden Fall irgendwann auch noch vorbeischauen. Neue Familiendynamik. Ein Witzjagd den nächsten. Emma und Rose können nicht aufhören, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Wenn sich die beiden in einem Raum befinden, ist das Gejohle immer groß. Würdest du die Familiendynamik zwischen Emma und Rose als Spaßvögel beschreiben? Ja, warum nicht? Hätte ich jetzt nicht unbedingt so gesehen. Aber wieso nicht? Ich glaube, das ist schon in Ordnung. Und jetzt hätte ich aber tatsächlich gesagt, wir verbringen den restlichen Tag noch mit unserer Livia. Ich möchte nämlich sehr gern, dass sie ihrem Boy ein wenig näher kommt. Also sie hat ja den Jonas kennengelernt. Der ist ja ein Meermann. Meerjungmann. Ich habe schon wieder vergessen, wie das in Sims heißt. Und ich hätte sie gerne, dass sich die beiden ein wenig näher kommen. Und außerdem möchte ich das neue Pack entdecken. Deshalb reisen wir jetzt einfach mal mit den beiden nach San Secoia. Und zwar hier haben wir San Secoia. Oh mein Gott, ich freue mich so. San Secoia war einst ein kleiner Fischerort und verwandelte sich unter dem Einfluss des ortansässigen Fischers und späteren Unternehmers bei Jani Robles zu einem Zentrum der Fischerei- und Konservenindustrie. Die Familie Robles ist immer noch fest verwurzelt in der Gegend und hat sich dank Gilbert Gilbert, okay, das ist ein schöner Name, sogar noch weiter ausgedehnt. Heutzutage prägen malerische Straßen, wunderschöne Parks und vorstädtische Viertel das Bild von San Secoia. Dies ist der perfekte Ort, um eine Familie zu gründen. Und dann schauen wir uns die Stadt gleich mal näher an. Also mir gefällt sie wirklich gut. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es keine Apartments gibt. Immerhin haben die EntwicklerInnen gesagt, dass es an eine Großstadt angelehnt ist. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube Los Angeles. Und da verstehe ich halt mal überhaupt nicht, wieso es keine Apartments gibt. Also hier hätte man ruhig noch ein Hochhaus wirklich Begeber machen können und Apartments reinmachen können. Denn jetzt weiß ich gar nicht, wo wir dann mit Livia hinziehen sollen. Vielleicht hier oder hier. Also wenn ihr da Ideen habt, schreibt sie mir sehr, sehr gern in die Kommentare. Und schreibt mir natürlich auch gern in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das würde mich auch sehr interessieren. Ja, reisen wir einfach mal hier zu dieser Bibliothek. Und wie gesagt, möchte ich gerne Jonas mitnehmen. Und dann schauen wir mal, wie sich die beiden so verstehen. Und hier sind wir. Das ist die Bibliothek. Okay. Das sieht neu aus. Dann haben wir hier zwei Computer. Hier eine Obstschale und eine Kaffeemaschine. Oh, es gibt ein neues Töpfchen. Oh mein Gott, ist das süß. Stimmt, ich habe mir noch gar nicht alle Baumodusobjekte angesehen. Das muss ich unbedingt noch machen. Dann hier können eben Säuglinge spielen. Glaube ich zumindest. Und hier oben sitzt jemand. Nämlich die Bibliothekarin. Und dann haben wir noch Bücherregale. Zum Glück, es ist immerhin eine Bibliothek. Ja, das sieht aber eigentlich ganz nett aus, finde ich. Ich meine, natürlich, es gibt bessere Gebäude. Aber ich finde es ganz cool. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, warum ich da mit ihnen hingegangen bin. Ja, keine Ahnung. Schneid mal lustige Gesichter mit ihm. Dann könnt ihr über Ängste reden. Dann wird sie nämlich endlich ein paar ihrer Ängste los. Warum rennt hier eine halbnackte Frau vorbei? Frage ihn einfach mal nach seinem Tag und frage ihn, wie es ihm so geht. Er fühlt sich sehr selbstsicher. Also anscheinend geht es ihm ja gut. Und dann, was machen Teenager so? Sie tratschen. Tratsch mal über Mitsui Takagi? Ich weiß so nicht, wer du bist, aber tratsch einfach mal über sie. Wie sieht es hier denn überhaupt aus? Mitsuki hört sich nach einem guten Fang an. Ich werde mich ihr vorstellen, wenn ich sie sehe. Okay. Jonas, ich dachte eigentlich, du magst mit uns flirten, aber anscheinend nicht. Oh, gibt es hier Essen? Ja, es gibt Essen. Perfekt. Wir können hier was bestellen. Und zwar, ähm, oh, da gibt es ganz viel mit Fisch natürlich. Ich kenne mich nicht aus. Takitos? Takitos klingt gut. Das ist nicht besonders gut gelaufen. Wir sollten besser nicht mehr zusammen ausgehen. Wäre jetzt Livia und Jonas oder Jonas und... Ach, die Bibliothekarin war das. Oh, er hat sich jetzt wegen uns anscheinend an die Bibliothekarin herangeschmissen und die wollte ihn aber nicht. Ich glaube, das war irgendein Streich von Livia und sie war so, hä hä, ich tue es einfach so, als würde ihn die Bibliothekarin voll gut finden. Dabei weiß ich, dass es gar nicht stimmt. Ich bin so lustig, ha, ha, ha. Einfach nur toll. Was bist denn du? Ist das ein Hai? Ähm, da schwimmt ein Hai. Gut. Gut, dass wir hier nicht baden können. Was können wir hier noch machen? Ach, da ist es aus. Dann gehen wir mal in die Richtung weiter. Herzlichen Glückwunsch. Livia hat die ersten Schritte ihrer kulinarischen Reise der Stadt zurückgelegt. Da gibt es das auch. Also wie bei Sanmai Shuno kann man anscheinend hier die ganzen Rezepte entdecken. Wait, wo sehe ich denn das? Hier unter Sammlungen. Ja. Könnte sein. Oder auch nicht. Ach, ich weiß doch auch nicht, wo ich das finde. Wieso bin ich so? Wieso kann ich mir das nicht merken? Müsste es nicht hier sein? Ach, ich weiß nicht. Falls jemand von euch weiß, wo ich das finden kann, bitte schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Weil irgendwie wäre das dann eine coole Sidequest sozusagen für unsere Livia. Immerhin werden wir hier spielen und dann können sie doch alle Rezepte entdecken. Das würde ich irgendwie sehr cool finden. Aber jetzt wollte ich eigentlich, dass sie da irgendwo hingeht mit Jonas. Aber hier... Ach, hier ist eine Bank. Ja. Sollen sie sich einfach mal an die Bank setzen und dann können sie ja hier miteinander sprechen. Das sieht ein bisschen so aus wie der Hauptplatz. Vielleicht gibt es hier noch was zu entdecken. Ist das eine U-Bahn-Station? Sieht ein bisschen so aus. Hier kann man auch runtergehen. Das finde ich sehr, sehr cool. Schade, dass hier keine Bank ist. Das wäre doch der perfekte Ort für eine Bank. Livia ist jetzt traurig. Verkupplungsversuch gescheitert. Oh. Sie wollte die beiden wirklich verkuppeln. Jonas bleibt da. Setzt euch jetzt hier zusammen hin. Ich hoffe, jetzt ist Jonas nicht traurig. Meine Sims wollen irgendwie nie sitzen. Jetzt stehen sie hier mitten auf der Straße. Wenn es ihnen Spaß macht. Verschöne ihm nochmal den Tag. Ich glaube, er ist ein bisschen traurig. Einfach weil... Ja. Wie gesagt haben, die Bibliothekarin steht auf ihn, obwohl es gar nicht stimmt. Beschwerden? Oh ja. Wir werden uns mal über unsere Eltern beschweren und sagen, Es ist so schlimm. Ich habe so eine frühe Ausgangssperre. Ich muss einfach schon wieder um 10 daheim sein. Wer muss um 10 bitte zu Hause sein? Nur kleine Kinder. Wir werden dann mal von Vampiren schwärmen. Da Livia ja sehr begeistert von Vampiren ist. Und ich glaube, sie glaubt, Jonas geht es ähnlich. Deshalb wird sie jetzt einfach mal sagen, ich habe so viel über Vampire gelesen. Ich würde so gerne einen Vampir kennenlernen. Und dann wird sie auch noch den Vampir-Lebensstil loben. Und Ben wollte sich gerade ins Gespräch einmischen. Hat dann das Wort Vampire gehört und wollte wieder umdrehen. Ja, Ben, so ist das mit uns leider. Wir lieben das Übernatürliche. Können die da nicht hier irgendwo ins Kino gehen? Wait. Genau, da ist das Kino. Ich möchte, dass die beiden jetzt ins Kino gehen. Zusammen der Schere von Alper Centauri Action Film Komödie. Ich hätte gerne Horrorfilm. Ja. Die beiden sehen sich jetzt an. Gemetzel im Mondlicht 4. Verfluchter Biss ansehen. Ich glaube, da geht es sogar um Vampire. Das passt doch einfach perfekt. Dann sagen wir einfach, Livia hat gesagt, ich finde Vampire so cool. Und ich habe jetzt gesehen, dass dieser neue, unglaublich cool Film im Kino läuft. Und deswegen finde ich, wir sollten uns den auf jeden Fall ansehen. Und Livia geht schon mal hin. Ob Jonas mitkommt? Okay, perfekt. Jonas ist mitgekommen. Anscheinend hat er keine Angst. Ich habe ja gedacht, er ist so ein Mensch, der ein bisschen Angst hat. Vielleicht hat er vor Vampiren. Aber zumindest tut er noch so, als wäre er mutig. Und der Film ist vorbei. Wir haben jetzt auch schon kurz vor 22 Uhr. Das heißt, unsere Livia ignoriert mal wieder die Ausgangssperre. Und sie fühlt sich wegen dem Film jetzt energiegeladen. Nervenkitzel pur. Was für ein Rausch. Livia hatte riesige Angst. Sie wird in nächster Zeit ständig über die Schultern schauen. Das finde ich absolut großartig. Dann wird sie jetzt einmal über den Film schwärmen und einfach nochmal sagen, danke Jonas, dass du mitgekommen bist. Ich fand den Film unglaublich cool. Ich hoffe, er hat dir auch gefallen. Und dann wird sie ihm einmal Zuspruch geben und sagen, siehst du, du bist ja eh voll mutig. Ich weiß nicht, warum du immer so tust, als hattest du Angst vor Übernatürlichen. Du fandest das doch jetzt auch voll cool. Vielleicht sollten wir uns auch in Wirklichkeit mehr für Vampire interessieren. Und deshalb wird sie jetzt einmal vorgeben, tough zu sein. Und er wird das Ganze nicht so toll finden. Denn er hat Angst um sein Leben und möchte sich eher nicht mit Vampiren abgeben. Aber wir alle kennen Livia und Livia macht eben immer gern, was sie will. Übrigens sinkt auch ihre Verantwortung die ganze Zeit. Oh mein Gott, er ist jetzt wirklich abgehauen. Er hat einfach so gesagt, Livia, wenn du wirklich Blödsinn machen willst, kannst du das gerne machen, aber ohne mich. Was ich euch gerade zeigen wollte, sie hat absolut keine Verantwortung. Also sie geht gut in Richtung unverantwortlich. Und Empathie hat sie auch keine. Ich finde, das passt irgendwie gut zu ihr. Also sie interessiert sich halt eher für sich selbst und sie zeigt keine Verantwortung. Ja, das ist eben unsere Livia, wie wir sie kennen und lieben. Livia ist jetzt zurück in die Bibliothek gegangen, einfach weil sie auf die Toilette muss und gedacht hat, sie schaut eben, ob sonst noch irgendjemand Spannendes irgendwo unterwegs ist, mit dem sie sich unterhalten könnte. Jonas ist ja schon nach Hause gegangen. Und da sie sowieso schon sehr spät dran ist, hat sie sich gedacht, sie erspart sich lieber den Ärger mit ihrer Mutter noch ein wenig und bleibt noch länger aus. Hier haben wir den Bibliotheker Riku Tagachi. Ach, vielleicht ist das der Mann, von der an die Jonas sich reingeschmissen hat, weiß man natürlich nicht. Und hier oben, hier haben wir eine Person, die natürlich sofort Livias Interesse weckt. Natürlich muss Livia da zuerst mal rüber gehen und die Person entdecken. Denn hier sieht sie plötzlich jemanden und natürlich spricht sie diese Person sofort an, denn diese Person weckt sofort ihr Interesse. Denn sie sieht ihn an und erkennt alle Anzeichen, die sie aus ihren Büchern kennt, die sie gerade in dem Film gesehen hat. Sie sieht sofort, dieser Mann ist kein ganz normaler Sim, der ist eindeutig ein Vampir. Und wenn Livia eben Livia ist und sich sehr dafür interessiert, beginnt sie natürlich sofort mit ihm zu sprechen. Sie verschönert ihn den Tag und sagt, hey, wie war dein Tag so? Ich war gerade im Kino und habe einen voll coolen Film gesehen. Aber natürlich ist sie nicht so dumm und sagt, worum es geht, denn sie weiß, man sollte nicht zu einem Vampir hingehen und sagen, hey, ich weiß, dass du ein Vampir bist. Deshalb wird sie jetzt auch nicht von Vampiren schwärmen. Wobei, ja, warum nicht? Das ist Livia. Sie geht einfach mal hin und sagt, ich habe gerade einen Film über Vampire gesehen. Weißt du vielleicht was über Vampire? Ich glaube, sie stellt sich jetzt einfach mal ein bisschen dumm und tut so, als wüsste sie nicht genau, dass er ein Vampir ist, obwohl man es natürlich sieht. Ich stelle mir jetzt hier einfach mal vor, dass es nicht für alle Leute so offensichtlich aussieht, dass Marvin ein Vampir ist, sondern dass eben nur Leute es wissen, die eben gut über Vampire Bescheid wissen. Deshalb geht sie jetzt nochmal hin und macht einen Vampir-Witz, was auch immer das sein sollte. Sie hält sich jetzt einfach für unheimlich lustig und unheimlich mutig und möchte sich deshalb einfach unbedingt mit diesem Vampir anfreunden. Dann wird sie ihm ein Kompliment machen. Und wie gesagt, Livia ist eben, oh wow, dieser Sim ist einfach unwiderstehlich. Livia ist total verknallt in Marvin. Ich wollte das tatsächlich gerade sagen und das Spiel versteht mich einfach. Livia schwärmt jetzt für Marvin. Schwärmerei. Livia ist total verschossen in Marvin. Das war nämlich auch mein Plan. Ich wollte, dass Livia ihn kennenlernt und sich Hals über Kopf in ihn verliebt, weil sie einfach so fasziniert von den Vampiren ist und eben von ihm. Und das Spiel macht einfach total mit. Deshalb wird sie jetzt auch gleich mal hingehen und wird versuchen, ihn anzuflirten. Ich hoffe, er steigt darauf ein. Sie wird jetzt einfach mal versuchen, mit ihm zu flirten. Er ist eben auch ein junger Erwachsener und sie ist eine Teenagerin. Also sie sollte eigentlich wissen, dass das nicht richtig ist. Und er eigentlich auch. Aber er steigt total drauf ein. Und deshalb wird sie natürlich weitermachen. Sie wird Nummern mit ihm austauschen und einfach sagen, ich finde dich so toll. Können wir bitte in Kontakt bleiben? Bitte, bitte, bitte. Knuddeln werden wir jetzt noch nicht. Aber sie wird dann auch noch ein Kompliment über Aussehen machen. und ihm generell noch ein von Herzen kommendes Kompliment machen und sagen, Marvin, ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so einen interessanten Sim wie dich kennengelernt. Und jetzt haben die beiden eine romantische Leiste. Livia ist einfach gerade dabei, eine romantische Leiste mit Marvin Hilgers, einem der Großmeister der Vampire, aufzubauen. Ich möchte euch jetzt noch ganz kurz zeigen, was ich in Forgotten Hollow geändert habe. Denn vielleicht kennt eine Person von euch diesen Sim. Denn den habt tatsächlich ihr mir erstellt. Also dann hat mir jemand hochgeladen unter Hashtag Elienix100Männer. Ihr könnt mir da übrigens gerne noch weiter Sims hochladen. Jetzt natürlich vor allem Sims, die übernatürlich sind. Denn wir brauchen eben in der kommenden Challenge von jedem okkulten Wesen ein Kind. Das wird ganz schön stressig. Und dafür habe ich jetzt Forgotten Hollow schon ein wenig angepasst. Ich habe hier nämlich die beiden Hilgers Brüder platziert. Eben den Marvin und den anderen, dessen Namen ich jetzt mal vergessen habe. Dann habe ich hier noch ein neues Haus platziert. Hier lebt die Familie Scott. Die hat schon davor da gewohnt. Aus denen habe ich einfach jetzt auch eine Vampirfamilie gemacht. Irgendwie möchte er das Bild nicht laden. Auch hier lebt ein Vampir. Und hier gibt es außerdem die Moonlight Vampire Bar. Und ich glaube, dort wird Livia jetzt gleich mal mit ihrem Marvin hinreisen. Und deshalb wird er jetzt einfach mal sagen, ich glaube, du verstehst mich. Und deshalb möchte ich dir jetzt zeigen, wo ich normal meine Abende so verbringe, wenn ich nicht in Sansekoia bin, um neue Opfer zu finden. Und deshalb reisen die beiden jetzt hier in die Moonlight Bar. Es ist mittlerweile schon, ich glaube, ein oder zwei Uhr früh. Livia hat zwar Sommerferien, aber sie hat eine strenge Ausgangssperre. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie viel Sorgen sich Emma zu Hause schon macht. Und hier sind wir. Ich liebe diese Bar. Hier ist auch ein Essensstand. Oh wow, das ist ja mal cool. Aber wir werden natürlich gleich mal reingehen. Und können wir zusammen ein Getränk bestellen? Getränk für Gruppe bestellen. Wir bestellen einen Wodka-Soda. Ich weiß, Livia ist eine Teenagerin. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie Marvin angelogen hat. Ich meine, vielleicht weiß er es auch und es ist ihm egal. Es gibt ja solche Menschen. Aber vielleicht hat sie noch angelogen. Immerhin ist sie schon fast erwachsen und denkt sich jetzt halt, ich kann machen, was ich will. Einfach total pubertierendes Verhalten. Sie denkt sich, ich weiß, wo die Grenzen sind. Ich passe schon auf mich auf. Und deshalb freundet sie sich jetzt hier mit einem Vampir an. Ach, Livia. Was machst du nur? Sie flirten auch die ganze Zeit von selbst. Ich muss eigentlich nichts machen. Sie wird jetzt noch einen mutigen Anmachspruch loslassen. Ach, Livia. Wo soll das nur hinführen? Ob das mit ihr wohl gut ausgeht? Schreibt mir eure Meinung sehr, sehr gern in die Kommentare. Aber an dieser Stelle werde ich den Part dann auch schon beenden. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!